Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Let's Play Life is Strange 2. In der letzten Aufnahmesession muss ich ein bisschen hetzen, weil ich hatte danach noch zu tun, aber jetzt habe ich richtig viel... Kannst du mal aufhören mit dazwischenzulabern? Beim letzten Mal muss ich ein bisschen durchrushen, aber heute habe ich viel Zeit und deshalb können wir uns hier nach allen Regeln der Kunst nochmal umsehen. Beziehungsweise hier im Camp haben wir uns schon umgesehen. Der Typ hat gerade eben noch zu mir im Off sozusagen noch gesagt, ich soll Kaffee kochen. So, okay. Und unser Ziel ist es, Daniel und Finn am See zu finden. Wir haben uns hier ja schon umgesehen, wir haben auch schon gezeichnet, deshalb... Deshalb würde ich sagen, wir machen uns mal auf Richtung See. Hier waren wir ja fertig. Wobei... Diese... Das Mädel war ja fertig mit Duschen. Hm. Ich dachte, da kann man sich jetzt nochmal was anderes angucken. Okay. Dann... Dann gehen wir jetzt zum See. Seine Haare wuchern auch total. Die sind ein bisschen länger... ... als... ... in der letzten Episode. De hell. Hallö Punkt. Du bist super. Eier. Der praktische St Ε갑. Ja. Nie assigned online. Ich bin Mann. Ich bleibe immer mit den Kopfhörern hier hängen am Mikrofon. Ich bleibe immer mit dem Kopfhörern hier. Ich weiss ganz genau, was jetzt passiert. Warum sind die denn plötzlich so salty? Na, schade. Komm schon, schade. Ich weiß, dass du das kannst. Be zen, Shawn. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Oh, Daniel hat mit seinen Kräften nachgeholfen. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Das Geheimnis. Das Geheimnis. Verlust mich, Frau. Ich habe ihn in der Bedeutung. Was ist, wenn er herausfricht? Was dann bin ich? Ich bin nicht dumm. Er wird nicht herausfinden. Du wirst nicht das, was. Du wirst du verletzt, Inanu. Du musst selber mir hören. Stopp sagen mir das. Ich bin mehr ein Kind. Daniel, bist du. Warum? Sie sehen? Stop, Daniel! Jetzt! Oder was? Ich sagte, stop, Daniel! Don't slap me! Entschuldigung! Ich wollte nicht so schwer sein. Ich bin okay. Es ist okay. Ich habe dich gesagt. Du bist gut. Du bist gut. Aber du hast noch keine Kontrolle über deine Macht. Ja. Aber wir haben zu trainieren, seitdem wir hier sind. Wir lieber mit unseren neuen Freundinnen. Weil wir müssen in die Lage sein, wenn wir die Arbeit halten wollen. Okay? Aber du hast recht. Wir machen ein bisschen trainieren später heute. Cool? Ja. 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 Ich will sie finden. Ja. Ich will sie finden. Ich bin der Erwachsene. Dann unterstellen wir ihm, dass er ja noch ein Kind ist und er hat gerade eben schon so empfindlich reagiert und ich muss mich um dich kümmern, dann ist er vielleicht sauer, weil er denkt, wir müssen, also, dass er keine Hilfe braucht. Hm. Ich höre dich. Das ist nicht fair. Aber du bist mein Bruder. Meine Verantwortung. Ich muss dich um dich zu beziehen. Ich weiß. Aber ich werde nicht immer ein Kind sein. Nach der Uhr fragen. Nichts sagen. Äh. Lag dich nicht im Zelt? Ach, wenn wir jetzt nach der Uhr fragen, dann wird er nur irgendwie salty? Oder keine Ahnung. Schauen wird salty. Wenn wir nichts sagen, dann beschwören wir doch kein, kein neues Übel, oder? Aber ich weiß nicht. Ich bin eigentlich eher für nichts sagen. Fick doch die Uhr, ganz ehrlich. Hey, Daniel. Remember what I said? Low profile. Yeah. Okay. Wir sind cool. Ich liebe nicht arbeiten auf einer Färm. Ich weiß. Es könnte besser sein. Wir machen cash, Ena, No. Okay, okay. Ich wünsche mir, dass wir ein Pferd geben könnten. Oder was. Oder vielleicht einfach zu schauen. Wir werden, Daniel. Wenn wir sicher und weit weg sind. Dann ist der See. Da kann ich aber noch nicht hingehen. Haben wir hier noch irgendwas, was wir einsammeln können? Irgendwas, was es zum Untersuchen gibt? You weren't scared at all? Come on. Not with Finn. We had the best hiding spot. Alle weg. Sind alle... zu diesem Big Joe gegangen. Warten schon auf uns. Sit hier, mein Mann. Ich brauche einen wie du. Cool. Sag mir, Sean, dass ich mir ein Kiefer habe. Ich bin hier. Will ich hier sitzen? Ja. Warum so ernsthaft? Nichts. Nur denken. Cool. Ich bin immer über meine Stadt. Alle hier? Das ist nicht ein Schuhlbus. Wir sind zu früh. Cassidy. Dirk hat noch gepennt. Jetzt kommen wir auf die Farm. Ich bin schon gespannt. ... Das war's. Ja. Was? Ja, ich bin. Die Party... Too viel Sex, Leute. Too viel Sex. Zwei Fies in a Pod, diese Leute. Ich zeige euch die Battlezone. Ich zeige euch die Battlezone. Hey, Shawn Jealous. Nein, warte. Er ist ein großartiger. Warte. Wenn du zu klingeln bist, die Leute wegst. Ich weiß, was ich spreche. Auf hier. Hast du die Tante geschlossen? Du bist ein Seester verschwunden da. So. Wie fühlst du? Wer wusste, dass diese kleine Tremarkt-Snowflake hier endet? Mit uns Misfits. Er ist so eine dreckige Hippie. Nein, dann beleidige ich sie. Er fühlt mich frei. Das hat er vorher auch selber gesagt. Wie ein Außenseiter. Nein. Er hat eine... eine Community hier. Eine Gruppe. Ja. 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 Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich kann mich nicht mehr aus. Ich kann mich nicht hören. Ich kann mich nicht hören. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Sie kommen aus einer Faktorie in Silicon Valley. Vielleicht ist er nur der Faktorie Reject. Bigfoot. Ich denke. Big Joe. Bigfoot. Den Meter versagen. Tänkst Du bist alle mit가요. Natürlich kann Honkst Du belirtigst. Da ist halt einfacher. Es kommt dann zu Funny. Wiruiten mehr gefangen zu mötieren. Vermitt ihr Tauch ist verrühenda. Aber Mori nicht Laut geklir Science. Nach bum. Ha ha. Ha ha. Hier bin ich nicht. Mach roar. Es ist sein così subjektiven interesse. Noığ ribelliger. Ich bin zurück da. Ich freue mich für eine Veränderung. Big Joe. Wie hieß der andere nochmal irgendwas mit M, ne? M-m-m-m-m... Keine Ahnung. Life is Strange. Episode 3. Wastelands. Jetzt kommt erst das Intro. Wir sind schon in der dritten Folge von der... von der... Episode. Eingreifen, nichts tun. Hahaha. Wenn wir jetzt nichts tun, schreitet Daniel bestimmt ein. Und außerdem ist... Cassidy dann salty. Wenn wir eingreifen... riskieren wir... dass wir aufs Maul bekommen. ... 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 Ich möchte ein paar Sachen auf dem Camp holen. Hey, willst du auf die Pläne investieren? Shut up, Daniel. Du hast ein Geld, kid. Ja! Ich habe zu gehen. Hey! Ihr habt immer noch nicht gesehen. Das ist Arbeit, nicht ein verletztes Sommer Camp. Du bist nicht speziell. Also, there are dozens of hippies like yourselves begging for work in the next town. Kid, your dad should teach you to shut your mouth. Finn, you better watch your guys. Of course, boss. No problem. Okay, so move it. Yeah, you heard the man. Stop bucking around and getting your teams, all right? Hold up. You and me are gonna talk. Remember, I'm only letting you and your brother work here because Finn put in a good word. I know. We really appreciate it. Thanks. Yeah, yeah. No ass-kissing, please. Just watch out. Next time your brother fucks up, you're both gone ASAP. Look, I'm not trying to bust your balls, but this is a pot farm and he's a fucking kid. You hear me? Got it. I'll keep him out of the way. You better. This business has enough shit already. I'm gonna go check on him, then. How old is he, anyway? Oh, uh, nine. He's nine years old. Jeez. Tough age. Gotta keep a close eye on him. Not my business, but... You got kids? Yeah, my daughter. Twelve years old. Do you... Do you get to see her? Not often. But she needs the money I get out here. Okay. I'm not your buddy. Get the fuck out of here. You got a lot of work to do today. All right. Uh, thank you. Hey. You okay? Now for the fun part. I need this all done by tonight. No excuses. So, get on it. All right. We good? Eh, Finn is playing boss with his crew. I told him they'd all work late if they didn't finish on time. I hope so. Okay. I gotta make some calls. Well? What are you waiting for? You know the drill. What? Dude. You're such ass. I feel like I'm in prison. I hear you. But we're not. This is just our job, man. We have to follow Meryl's rules. For now. Especially you. What do you mean? He's not into having kids around here. So don't give him any excuse to get pissed off. Yeah, you never know with Meryl. Well, he can be cool, but scary when he loses his shit. Okay, jeez. I'm not doing anything bad. Look, I know you guys are having the time of your life here, but I'm not. So shut your mouth and give me some quiet, for fuck's sake, okay? Well, why do you stick around then? None of your damn business. But I'd be long gone if I had the chance. Trust me. All right, man. Just pick a bud and get to it. Benutze A und D um den perfekten Zeitpunkt zum Bluten zu. Okay, Quick-Time Events. Hmm. Man. Look at all these buds. Oh, this is nothing. Last spring, we were trimming about two or three pounds a day. Whoa. That's a lot. Yep. Had to work overnight all the time. Fifteen hours straight once. Yeah, trying to forget. I was done with Kush after that. Whoa. We are lucky. Right, and then your arms fall off. Fuck all that. You got any reception, Big Joe? This place is a cell killer. Oh, of course. I should clean my scissors. They're a mess. Could I do something else to do? No, no. Ouch. Shit. Ooh. You okay, sweetie? It's okay. You're doing fine. Just slow down if you need to. I know. I will... Thanks, Sean. My ass hurts. Fuck, this is really boring. Oh, poor baby. That's the job. Don't think. Just work. Okay. Just don't ask me to smile for the camera all day long. Feels like working in a factory. Imagine doing this for years. See? Sean agrees with me. As always. This is fun at first, but it does start to get old after a while. How about stop bitching so much? Sean, you're already on Meryl's shit list. Don't get us all kicked out of here. Just sit and trim. Going too fast. Take your time, dude. Damn, Sean. We really need to do something about your hair. What? What's wrong with my hair? Are you kidding me? It's hiding your pretty face. I can't allow that. Come on. It's not that bad. Just... Just a mess. Yes. But worry not. We've got everything to take care of it at the camp. Yeah, yeah. We'll see. Die Frage ist, wie lange muss ich das jetzt machen? Ah. Ich bin immer zu bald. But for real, though, if you could snap your fingers and go anywhere. Cassidy, we get it over and over. Hey, come on. You don't want to be here. Give me a break. I can't... So what? So I'm allowed to dream a little? You won't get hurt. Promise. What about Louisiana? Must be so sweet this time of year. Okay, man. Calm down. Come on. Dream big. I'd like to see the pyramids. Or the top of Mount Fuji. Sean Diaz. Global traveler. Yeah. Stalking humbled. Bitch, bitch, bitch. Nobody's making you babies work here. No problem. You guys are all the same. Cool, let's be trimagrants. Then you barely work for a month. This is my life. Come here for a sec. Shit. It's always something. What's this? Damn. Can you folks put a lid on it? We got shit to do here. Whoa, whoa. Damn. Easy for you. Huh. Was steht da? NYC Law School. Ich glaube, da steht New York City Law School Alumni. Das ist doch irgendwie so ein Motto, oder nicht? Hier haben wir gar nichts gefunden. Hier haben wir wenigstens zwei Sachen. Ja. 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 Du bist immer für eine Entschuldigung. Oh, es ist 4.20 Euro. Hey, Shawn, wir sprechen. Oh, mein Arm tut. Wah, wah. Get off my crack, Hannah. Wir sind hier für zwei Monate. Ich bin nicht nach California, um auf eine fucking Farm zu leben. Ich möchte ein bisschen Wasser sehen. Wir werden hier ein bisschen schwatter? Build ein Haus? Stopp! Du weißt, dass wir für eine Zeit gewartet haben. Wenn es legal ist, haben wir hier keine Arbeit mehr. Hallo? Ich habe doch gedrückt. Hallo? Ich habe doch gedrückt. Ich bin nur über dieses Platz. Dann geh! Geh die fuck off! Wenn wir eine Familie, dann stecken wir zusammen. Du bist auf dem Bus, oder aus dem Bus. Was? Everybody chill! Let's not get... Shawn, step back! This is our business. Just grow up, Cassidy. Stopp acting like a princess. Thanks, Mom. Anything else? Yeah. But we don't have the time. Did you fall out of the wrong side of the tent, or what? Shit. You're clueless. You know the drill. Do the work. Yeah. Sure. Fuck this shit. Hannah, sorry. I know. Hey, I don't wanna fight. It's been a long crappy week. Just keep it fucking down in here. Okay? Okay. Was ist das? Was ist das?